Am wichtigsten ist es jetzt, meine Leute zurückzubringen, vorzugsweise unverletzt. Und so schwer es mir auch fehlt, dies zuzugeben. Ich bin nicht in der Lage, allein zu kämpfen. Werdet ihr uns helfen? Kommt zum Essen zurück! Gut, dann holen wir doch die Kollegen. Folgt mir! Gut, folgen wir euch! Und ich muss unbedingt mal noch so eine Tour machen für Erzefarmen. Und dann mal wieder ein wenig in die Berufe zu skillen. Okay, der verschwindet. Okay, wenn wir so viel Zeit haben, dann gönne ich mir noch einen Schluck. Ach, heute ist ein schöner Tag. Hat wunderbar geschneit noch. Da kann ich noch auch schnell guten Morgen sagen. Gut. Dann gehen wir hier nach vorne. Oh, da sind ein wenig ein paar Tosca eingefroren, wie es aussieht. Wie ungünstig. Ihr nach Tod riechen. Frostbiss gefallen. Schneeballknolle klug. Wissen, wenn Essen auf Eis machen, Essen länger haltbar. Aber nicht gewöhnliches Eis. Nein, magisches Eis. Viel besser. Ist Werk von Schamanen und sie Frostbiss hergelassen haben, um neben köstlichem Tusca-Fleisch zu verhungern. Wenn Mensch Tusca helfen will, nicht viel Zeit bleiben. Aber Frostbiss weiss, wie Zauber brechen. Warum Frostbiss helfen, mag Schamanen auch nicht. Ich finde es immer seltsam, wie man Sachen einfach so, ja, wie man solche Texte schreiben kann. Mir würde das einfach nicht gelingen. So, komm. Wenn wir den auch gerade mit Und wieso absorbiert der so viel? 11.000? 11.000? So, was brauche ich noch? Totems. Totems gesichert. Ah, da muss ich die dezimieren. Wahrscheinlich die Kollegen hier. Um dann die Totems zu sichern. Mit den gesicherten Totems können wir den Zauber brechen. Aber wieso absorbieren die so viel? Aber wieso absorbieren die so viel? Aber das wir so viel Schaden machen, gefällt mir. Aber das wir so viel Schaden machen, gefällt mir. Wir haben jetzt noch der letzte. Hier in diesem Bau, vermute ich. Dann schauen wir einmal. Aber die haben auch jenes Zeug eingefroren. Aber die brauchen wirklich, also die brauchen ordentlich Damage, dass die wirklich down sind. Und dann haben wir das. Gut. So, Tosca-Freunde sehe nicht so gut aus, Mensch. Liestige Schamanen also tot. In den Totems Elemente leben. Mensch, lass frei und brich Eis. Befreit Tosca-Freunde. Ach, jetzt sind die noch hier. Also bitte, lass mich doch in Ruhe. Da kann das ja wirklich einmal. Kommt schon, kommt, kommt. Jetzt ein wenig mehr Elan bitte. Genau. Dann können wir hier die Tosca befreien. Genau. Ah. Jetzt gehen wir noch dort rüber und schauen, was die uns zu sagen haben. Wer spricht da zu mir? Ja. Ihr habt was getan? Ha. Das spielt derzeit keine Rolle. Das ist... Hier ist noch nicht vorbei. Das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde von euch berichten. Ich weiss, dass wir ziemlich angeschlagen sind. Doch wir dürfen nicht vergessen, warum wir hier sind. Unser Volk zählt auf uns und ich habe noch nicht vor, es im Stich zu lassen. Wir müssen in dieser wilden Gegend einen vorübergehenden Platz für uns finden und ich weiss auch schon genau den richtigen Ort. Verzeiht. Und jetzt Schluss mit den Klagen und Bewegung. Wart immer das Gleichgewicht. Ja. Versuchen wir. Aber dann schauen wir. Also wir müssen nach vorne, wie es aussieht. Dann schauen wir einmal, was sie hier uns vorschlagen. War doch gar nicht so schwer, oder? Vorsicht da draussen. Äh, da wir wieder beim Thema sind, müssen wir Stosszähne und Stosszahn reden. Ah, Stosszahn zu Stosszahn reden. Dieser Knoll vor Space, mit dem ihr geredet habt. Wir haben eine Vorgeschichte mit ihm. Es könnte eine Weile dauern, es zu erklären. Geht und holt etwas Fisch, während ich es euch erzähle, Kind. Wir brauchen Essen für alle. Sie müssen gestärkt sein für das, was kommt. Schnelle Beute, sei euch gewiss. Mama sagt, ich krieg grössere Zähne als ein Mammut. Ja, das glaub ich weniger. Erneut Hallo. Wusstet ihr, dass ich der beste Fischer im Dorf werde? Ich hab mal einen riesigen Piranha gefangen. Er hat versucht, mein Gesicht zu fressen. Robi schaut euch Gedanken verloren um. Oh ja, ich hab eine Nachricht für euch. Ah, will etwas über Anglöcher beibringen. Okay. Und dann kommst du bis hier hin? Welch ungewöhnlicher Besuch. Gut, angeln kann ich. Äh. Äh. Bum bum bum, bum bum bum. Jetzt muss ich angeln. So. Also, dann angeln wir mal ganz schön in Ruhe. Jetzt haben wir 50 Fische gefangen. Und dann, wenn wir mal ganz schön in Ruhe nehmen. So. So. Jetzt gibt's mich eine Nachricht. Du hast mich eine Nachricht gesehen. Und dann, wenn wir jetzt meine Kirchenglocken machen. Es gibt dann die Kirchenglocken. sind bei mir wieder am läuten. Ja, ich wohne gerade neben zwei Kirchen. Die stehen bei uns sehr nahe beieinander und ich bin wirklich zwei Gebäude von der Kirche entfernt. Hört man die wahrscheinlich in der Aufnahme und im Stream. Aber das geht schon. Werde ich das Mikrofon empfindlicher einstellen, wird es wahrscheinlich noch deutlicher herauszuhören sein. Gut, wir haben dir die Fische. Ja, draußen zu angeln ist harte Arbeit, aber darum geht es. Jetzt wisst ihr, was auf dem Spiel steht. Zeit, aufzubrechen. Ein entfernt der Fuhrbork, Freund. Barst war einer der härtesten Vorbolgs, die ich je kannte. Es sagt viel über Frospis aus, dass seine Meute ihn im Kampf besiegt hat. Als ich zuletzt von Barst gehört habe, war er auf dem Weg zu einer Insel von der Küste vor Isaka. Er hat etwas von Ruhestand und laut so Unsinn gefaselt. Sag Brast, Barst, dass es an der Zeit ist, sich wieder an die Arbeit zu machen. Oh, und lasst euch nicht von seiner Sprechweise irritieren. Er reisst euch in zwei, wenn ihr ihn nur komisch anseht. Vorsicht da draussen! Nur Muskeln, kein Gehirn. Kommt zum Essen zurück! Marsek ist einer der zähersten Draconiden, die ihr je gesehen habt. Aber auch einer der dümmsten, auch wenn er das nie zugeben würde. Die Sache mit Frostbiss hat ihn erschreckt und er hat sein Leben überdacht. Oder so. Er sagt, er wäre nie dazu gekommen, die Ruinen seiner Vorfahren zu studieren. Er sagte, er wäre nie dazu gekommen, die Ruinen seiner Vorfahren zu studieren. Ist davon gelaufen, um ein Gelehrter zu werden. Holt Assek zurück, er gehört da sowieso nicht hin. Ich werde von euch berichten. Zuletzt kommt meine Schwester Naluki. Sie hilft im Gashaus zu Isakara aus. Gebt ihr einfach diesen Brief. Öffnet ihn nicht. Gut, jetzt haben wir hier einiges. Dann gehen wir jetzt aber zuerst doch nach unten. Genau. Dann schauen wir einmal, was wir hier haben. Et voilà. Das Gesicht des Todes. Trödel nicht herum. Ich befinde mich hier in Lebensgefahr. Ihr lebt? Haha! Ich kann mir nicht vorstellen, was für einen Kampf euch dieser Biest geliefert haben muss, als ihr es in die Enge getrieben habt. Das Azublaue Gebirge ist dank euch ein wenig sicherer. Tut mir angefallen und seht noch mal ein paar. Ach hier. Gut. Ich dachte, na komm. So. Jetzt noch ein wenig schneller. Helft mir! Ich wollte nicht auf. Endlich was Glück. Wir können hier wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich werde von euch berichten. Willkommen! Willkommen! Diese Mission war von Anfang an ein Fehler. Alja Segelstrahl bat uns um Hilfe, um zu verhindern, dass die Splitterflammen in den Besitz eines gefährlichen Artefacts kommen. Wir hatten es in diesen Ruinen ausfindig gemacht, aber die Splitterflammen haben uns hier besiegt und die Gegend wurde von Eisspinnen überrannt. Alja wurde schwer vergiftet und ich fürchte, dass sie ohne das Gegenmittel nicht lange überleben wird. Ich kann es herstellen, aber ich brauche dazu Giftrüssen von den Spinnen in der Nähe. Ich habe Angst, Alja hier zurückzulassen. Könntet ihr welches für mich finden? Kommt zum Essen zurück! So, dann müssen wir hier rüber zu den Eisspinnen. Ah, hier hat es noch eine Quest sehe ich gerade. Willkommen! Willkommen! Schützende Flammen! Schnelle Beute sei euch gewiss! Kattegat und ich sind hierher gekommen, um uns zu beweisen, indem die Splitterflammen aufhalten und Walddrucks sichern. Meine Güte, mein Redefluss ist wieder mal scheiße! ist etwas zu möchte mit der Aufnahme nicht so, wie ich es gerne hätte. Und jetzt müssen wir auf diese Elfe aufpassen, nachdem sie ein Paar Eisspinnen abbekommen hat. Wir haben noch nicht einmal gegen die Splitterflammen gekämpft und die Spinnen können uns erledigen. Bevor es überhaupt dazu kommt, wir müssen sie in Schach halten. Glücklicherweise gibt es eine natürliche Methode, die Spinnen zu vertreiben. Wenn man die Seide ihres Konkons verbrennt, entsteht ein Geruch, der sie abschreckt. Greift euch etwas Seide und ich werfe sie dann ins Feuer. Das wird sie abhalten. Tötet sie mit Feuer. Diese eckligen Spinnen legen ihre Eier in Leichen ab und manchmal in lebendigen. Wir haben einige Leichen der Splitterflammen gesehen, die ihnen zu Opfer fielen. Wenn wir hier überleben und die Splitterflammen besiegen wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass die Eier schlüpfen. Nehmt diese Fakul. Sie ist mit der Macht von Luft und Feuer verzaubert. Dichtet sie auf alles, was ihr verbrennen wollt und sie erledigt den Rest. Die Tusker machen keine halben Sachen mitspinnen. Ich bin immer vorbereitet. Also irgendwie ruckelt mir dieses Gebiet ein wenig zu sehr. so nehmen wir hier die Spinnen mit. Also so haben wir mal eine Gift Drüse Dann schauen wir mal bei Gut haben wir und der harter ich muss zuerst etwas anvisieren zwei von fünf so dann haben wir hoffentlich schon drei von fünf vier von fünf Das sieht ja mal gut aus dann können wir ja komm schon ich hoffe dass man auch von den kleinen noch so Gift drüsen bekommen kann dann haben wir den von den Spriterflammen ja auch schon dezimiert so dann müssen wir nachher noch infizierte verbrennen dann haben wir sonst noch was meint nicht mehr na komm schon so jetzt haben wir hier noch Konkons stimmt Seide brauchen wir noch damit wir die verbrennen können damit die äh wie hießen die die spielen von dem Geruch des Rauchers in die flucht flucht modus aktiviert haben so hier noch so und dann gehen wir auch schon um den Aussenposten seid gegrüsst fremd schützende flammen ich werde von euch berichten konnte die spinnenseile auftreiben ja das haben wir sehr gut diese spinnenseile wird lange brennen wir werden euch nicht vergessen gute Arbeit das verschafft uns etwas Raum zum atmen ich werde von euch berichten wer spricht dazu mehr habt ihr die gift rüsen um die ich gebeten habe ja wir werden euch nicht vergessen ah wunderbar mit diesen gift rüsen kann ich die gegengifte für Alia brauen sie wird sich schon bald wieder besser fühlen das freut mich zu hören na gut das gegengift ist fertig ich werde Alia stützen ihr gebt mir äh ihr gebt den inhalt der figurele in ihren mund hoffentlich überlebt sie wir brauchen ihre magie um dieses artefakt zu finden schnelle beute sei euch gewiss ge 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 Gut. Jetzt hat die noch Quäste. Ich danke euch. Ich dachte, ich würde sterben, bevor ich dieses Artefakt finde. Für den Sonnenbrunnen. Ich begrüsse eure Hilfe, Paladin. Ich war die Magierin der Kirin Tor, die dieses Artefakt Walddrucks und die Pläne der Splitterflamme als erstes gefunden hat. Die Wiederbeschaffung und das Studium dieses angeblich empfindungsfähigen und mächtigen Artefakts ist von oberster Erdringlichkeit. Und ich schwöre, ich werde diejenige sein, die es tut. Die Splitterflammen müssen raten, wo es sein könnte, aber ich habe die Magie einen Weg für uns gefunden. Es gibt einen verderbten Wächter in der Nähe, der einen magischen Splitter besitzt, der die Walddrucks verbunden ist. Ich kann ihn nutzen, um den Rest des Artefakts zu finden. Das war jetzt mal ein abgehackter. Gut. So. Dann holen wir den Splitter für die gute Dame. Dann holen wir den Flamme. Habt ihr den Splitter gefunden? Ja, haben wir. Gebt ihn mir, schnell. Hört ihr auch das Flüstern? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Oh, meine Güte. Ich glaube, Waldrucks versucht durch den Splitter, den wir geborgen haben, mit uns zu kommunizieren. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, solange wir unseren Verstand vor dem Einfluss des Artefacts schützen. Ich habe mich hinsichtlich der Splitterflammen geirrt. Sie haben leider schon mehrere Splitterfragmente gefunden. Waldrucks Flüstern behauptet, sie sind kurz davor, den Standort zu lokalisieren. Nehmt den Splitterflammen die Splitter ab, bevor sie das Artefakt finden. Seid für alles bereit. Äh, das gefällt mir nicht. Mysteriöse Artefakte, die grossartige Versprechen flüssen, das klingt nicht gut. Aber wir können nicht einfach umkehren. Ansonsten bekommen die Splitterfarmen es noch in die Finger, was auch immer es ist. Äh, ich kenne mich, äh, ich kenne mich mit Ruinen wie diesen gut aus. Die blauen Drachen haben oft Notizen über ihre Arbeit zurückgelassen. Haltet die Augen offen, dann könnt ihr vielleicht welche finden. Wir können die Hinweise, die ihr entdeckt, nutzen, Malia und Katigat zu warnen. Komm, komm zum Essen zurück. So. So, das sieht schonmal gut aus. So, kommt schon. Jetzt noch ein wenig Heilung. Wir wollen uns ja nicht von den Splitterfarmen überwältigen lassen. So, kommt schon. Kommt. 45? 45? 46? Vielen Dank.